Imparadiabille! So, warte, wajus, hi! Asse, mero, wende! Und ihm was kaufen! Divertismang! Capatima! Unexpected! Kačka a Baťka? Záhada rodiny Whiteball. Neuvidíš, nežiješ. Milí diváci, vítáme vás u filmu o filmu Záhada rodiny Whiteball, dvou světoznámých rečisera Kačky a Baťky. V tomto filmu o filmu se nedozvíte nic o ději Záhada rodiny Whiteball, avšak dozvíte se mnoho informací o lidech, kteří se na tomto filmu vydílali. A jenkuším naším velkým přátím, aby se naše filmová forma stále dokonalovala, rozhodli jsme se kontaktovat našeho dlouholetého přítela, a zároveň producenta tohoto filmu, Frančeska Pokačínejho, který nám pomohl obvolat spolu světoznámých uměrců, díky kterým dostal film závěrečného poradu. Vás varva a zvarva Kačky jsou sice velmi rozdílené, ale jak jsme si chtěli při natážení záhady rodiny Whiteball, dokonale se doplňují. Záhada se již vezmala sedm let, a tak naše spolupráce nebyla pouze profesionální, ale také jsme si už jednoho závali. Když se nám před natážením sil celý štáb nechtělo se nám věřit, že byste hroznění lidé mohli rozumět a spolupracovat, ale již prvních pár dní nás vypadlo s omylu. Užem při zumbově přečítání scénáře padla na jedna slza a nás samotné dojelo to, jak se v jedné malé místnosti spojil celý svět, aby vytvořil dílo, do kterého by každý vložil část svých snů, svého srdce, svých ideálů. A nyní předáno slovo tvůrce, kteří vám jistě z radosti povízme dojmy z naší spolupráce. Saluti spettatori! Il mio nome è Francesco Vocacini. Come ho detto cačka e bačka sapiamo che se un paieriani ma gesto film è il primo a cui abbiamo lavorato. Quando ho presentato una proposta per un film a Senegiatura non ho stato, subito ho sentato l'offerta di produrre. Ho subito, hanno chiamato alcuni suoi amici, che hanno aspettato a lungo un'offerta simile, quando ho sentito che un film cačka bačka, quindi non s'era nessun problema mesi per ottenare un consenso. Con geto protego total manunico con un geto complet manunico. Durante le represe si sono stati alcuni problemi, ma per il resto tutto è in tanto bene, in grande armonia. Eravamo molto preoccupati per il clima, ma attraverso la tecnologia e monolocalia co clienti se l'abbriamo fatta. Per me, tutto è il film molto rigordantero, però l'ora d'ultrionico operazione. Ciao a tutti, ragazzi! Voi potete credere, che ho visto in molti filmi con diversi artisti del mondo, ma non ho mai visto, che Senegiatura non ha avvicinato. Come professionale, il porto su suoi e il giudizio, 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 e il giudizio. Il giudizio, che il giudizio, e il giudizio, Ich hätte bedankeu Francesco, vad mi susse Kuli Baber, warum de hule bedomeva karakter Indie filmivet Anangem. In mir jalan kinematografie, daglig sebrot, dit bliknet mi susse Broers. Ele dark in film vanatvum fiktem, krokodila, a nie blokvutet um de pamfet. Ad katka e baďka enkehet, igelsge hossonskind vadie storie, od becken gehergis sehavad, in online ongevyd. Tari ees ar hule, var mi gunstering, en ek vunod artiden direktur geword. Ila dolesen sienyje, mar om dan ek na meisie, med diman kobleta, od teg dan ek hetem, grotta en dvirsky rizvnie. mar enk vogli indie filmen, cenario vadie rete keuse. Drog ek, vatel dat katka baďka en frančesko, spir dry boek, vat ek get blowen head in the air again, a salt in the air starie end. Hahahaha. Min uvej film, min mistery bit vel, familie, is verrel interessant, insie je unieke koncept, en biel druk, en stia nad je getteho. Ech hobbys agent nem, en ondhåld i en film bag die super DVD, vat med die ekstra geword, isen ljusad die skriver, dit var de rom, var de rom, teg op en die orme kinder in etiopie. HALO! Ich war verantwortlich für Firmbearbeitung. Du wirst sagen JA, das ungewöhnlich für eine Frau. Aber auch während meines Streams an der Filmhochschule in Wienken war ich der einzige in unserer Bahn. Die Jobs, die ich am Filmhochschule gelernt in Zurich von Vladimir, nenn ich auf Dank diesem Film wurden guten Freunde. Er riefen mich aber in letzter Minute, weil die inspringliche Editor war krank und dass der Film gelungen, die öffentliche Frist zu vervollständigen müssen kontinuierliche Arbeit schnell. Eine solche Gemeindeheit konnte ihn nicht erwähnen. Die Arbeiten an der Tag erwachtete Werder ist von allen Seiten zu hören, weil er bald einige schlaflose Nachte, welche mache ich schnie, 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 schnie. Ich endlich schnie den Film in zwei Versionen von den Aufkalka und Badkawellen endgültig. Obwohl es eine kurze Zusammenarbeit war, glaube ich, passen in ein hervorragendes Term und wir alle haben ein großes Verständnis vor Arbeit und Privatleben. Mein Name ist Charlotte Bordenen, ich bin ein Schaaf von Kostüme und der Zektor auf den Gesichter Blumen. Ein Morgen, als ich in Marseille war, mein Telefon wurde gesungen und ich sagte und sagte, Allo, Kiela? Et le autre corps de casque, j'ai attendu, et mon cher Francesca, qui dit J'ai pour vous une offre perfaite, pour vous un temps roter. Et je répondis que je n'ai pas beaucoup de temps maintenant travailler sur un autre film. Mais il a dit, film Katka Batka, et j'ai pris l'air formidable. Et le lendemain, je commençais à travailler. Comme un Mister Famille Viper a rien dans le second dernier, je devais me concentrer sur les vêtements pris. Il n'a pas été facile, et je suis un des meintres conseils et des personnes d'âge que vivant cette époque. Bien sûr, en France, au 19e siècle, Pottin, a une question extrêmement différente que l'unitaire. Il a fait pour moi même un tour prête expédite au Royaume-Uni. J'enfuie de trouver ce que je cherchais dans le musée, mais le plus bas, je ne m'écoute. Avec toute l'équipe, on travaille le parfait amoureux, je serai bientôt prêt à ces coopérations. Je me souhaitais un agréable vu et heureux pour autres films sur les films. Bonjour, je suis là, je suis Georges, je n'ai pas樹脂 qui suivent. Pour ce projet, j'ai toujours le plus bas, j'ai toujours le plus bas. J'ai toujours le plus bas, j'ai toujours le plus bas. J'ai toujours le plus bas. C'est le plus bas. C'est le plus bas, je suis âgée. Das war er, dass wir uns in Russland verabschiedet haben. Wir haben ihn mit 10 Jahren verabschiedet. Sollte, dass wir hier in Japan sind? Ich habe ihn mit ihren Augen. Sie haben ihn mit den Ammationen oder Prüfungen geöffnet. Ich bin ein paar Jahre alt, aber ich wollte mich über die Anni-Motion machen. Ich bin ein paar Jahre alt, aber ich bin ein paar Jahre alt. Ich bin ein paar Jahre alt, aber ich bin ein paar Jahre alt. Hallo, mein Name ist Esther Gerhazi. In the film, I played 9 years old Mildred. In fact, I am 12 and half years, so it was very difficult to me. They chose me because of my Australian, Norwegian origin and the Northern accent. Until now, I only played a minor role, but Mrs. Katke and Batcat gave me a chance to show my talent into the world. In addition, filming took place just a short bulk from our house, so my voice not at great. I was an omni child and at first it did me a problem to fit in with professional actors, but Takashi gave me a few tips about Feng Shui, which helped me to fit in. As you know, my character is inspired by sister and Mr. Zumba, which is a bit strange. Because at a role I had to go to piano lesson, cut my hair and overall has been a very challenging role. I have managed all great and now you are appearing tens of offers for their movies. Katka and Batka, thank you very much. Welcome to the world! My name is Stanislav Hlovowsky. My name is Stanislav Hlovowsky. My name is Stanislav Hlovowsky. Although the film, without your name, was his name and soint seen as a real character. Greml Osobyn, niebälo sprävnäj, ktorä ja viedäšnä jästnä, ale v mnooští pomagal v plaštoše, kde vollevajt ty svej nebästnou sprävnäj, a pozdäji byl len voluntarasi v usroku opäki dla osob. Niebälo sprävnä jäst viemäst. Nichtsä jästnä, jästnä jästnä jästnä, jästnä 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 jästnä, jästnä 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 jästnä. Jästnä jästnä jästnä. Mac �imerin, kjetsnä jästnä 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 jästnä. Minä samalla Romeo on mill moins tejaa viedä kaverkatin ja. NoBLE Diosi kunstellen. Der Film ist sehr wichtig. Der Film ist sehr wichtig, dass ich meine Frau, Sheila Whitewell, die mir vor allem, dass sie mir vor allem, dass sie mir vor allem, dass sie mir vor dem Film ist, dass sie mir vor dem Film ist, dass sie sich in der Welt zu sehen. Jetzt bin ich mit dem Film, der Film, der Film, von der Film, Wiem english ich binge. Du hast du ... Bisschen oder so? Ach ja... Ich habe es am Bruder geöffnet, das war. Grüß euch, Jungs. Mein Name ist Francesca Boccacino. Francesca Boccacino... ...PAYORIONI! PAYORIONI! 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 Für mich! für mich! Für mich! Per me! Per me! Tut! Per me! 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 Sie ist auf denischen Kasten! Per me? Per me! Tudia? Ja? Ich habe noch etwas gesehen. Ich bin gut. Penis. Ich bin gut. Ja. Imperium ist viel. Imperium ist viel. Ja, ich bin gut. Imperium ist viel. Am ich auf die Bibel? Das ist richtig. Ich bin da. Du kannst du nicht aus. Ich bin da. Ich bin da draußen. Ich bin da draußen. Ich bin dort unten. Ich bin da draußen. He? Ja. Das ist super. Du bist da? Ich bin mal richtig. Du hast einen! Das bekomm ich dir. Du hast es gesagt. Du hast du schluss 번도 they to? Du hast dich hier. Du hast dich, du hast es dich zu mir schluss. Du hast du schon gesagt. Ja, das ist nicht. Ich muss sie sagen, 7. 7? Ja, das ist 7. Also 7. Suse. Suse? Ja. Ich hab an ein bonus für sie. Du schon mal drauf, ich hab ihn mal ein. Eli war sie so schnell in der Welt! Am vor dem perpetualsten TITRIN alle zwei drei H微famanien kinda psychisch sein. Aber das ist perfekt, riechresse! Das ist die Kinders related. Vielen Dank, riech CIB, days. Ich kinde Sie das, dass du sie so schnell re а выходierst. алиger! Es ist ein bisschen zu高st, mir... ngườiosphere scheint... Das ist die Kindersel. Schau! Karte! Hey, hörale! Perfekt! Das ist ja das! Das ist echt super großartig! Das ist wirklich so großartig. Ich habe das richtig, dass ich schraubt. Das ist schon großartig. Ich habe das alles gut gemacht. Das ist wirklich so großartig. Das ist das ich so großartig. Also, dass ich das so großartig. Das ist so großartig. Vielen Dank.